Wir nehmen direkt die Aus-Aus-Aus. Der Reuner ist in dem Hasen-Schieber! Der Reuner ist im Hasen-Schieber! Der Reuner ist weit. Es ist jetzt zu laufend! Die Lusche. So eine Lusche. So laut ist es nicht. Die Lusche. So eine 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 Lusche. So der Menschheit. Und wieder. Das ist K2. Fahrt hier rechts von der Erste. Der auf die Strecke geht. Oh ja. Ja. Die werden aber nicht lang warten können. Ja. Bleiben Sie hier nicht. So? Obwohl ich jetzt bitte die eheste Runde schon ziemlich mit den Scheiß sein. Die ersten fliegende Runde. Oh, da fahrt hier rechts. Ja. Sehr bizarr. Also von der Bremser können wir bei der Geschwindigkeit hier nicht besprechen. Vielleicht ist er auf der weiße Stelle gekommen. Kann aber auch sein, dass da ein originales Team ist. Oh, sieben, von unten. Marthe Tomczyk. Dreißwetterplatz ist mit Sicherheit nicht das, was von der Warte war vor dem Heimbren. Ich habe jetzt nichts verstanden. Da habe ich das so. Ich will das so sagen. Was ist jetzt sicherlich ein gestriger Wart und Schluss. Uh, wunderbar. Cool. Gut. Ich habe mich bei den Machen zu finden. Und bin ein bisschen zu weit gekommen. Ich bin richtig. Und es geht dann so 해klich. Das ist ja noch 23 Jahre, bis 22 Jahre alt ist, denn aber so geht es nicht voll.